Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite. Seit ich glaube vorgestern oder so, ist der Baumodus wieder im Spiel. War ja eine ganze Zeit lang einfach rausgenommen worden, dass du nicht bauen konntest und jetzt kannst du wieder bauen. Und ich dachte, es ist der perfekte Zeitpunkt, den Modus mal zu spielen, ohne es zu bauen. Ich geb mal dafür einen Timer von einer Stunde. Ich geb mal eine Stunde Zeit dafür. Eine Stunde. Bau, 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 bau. Okay, easy. Gibt ja auch viele Swords, wo Bauung gar nicht so sinnvoll ist, oder? Auf dem Luftschiff. Ist ja egal. Ich kann mir jetzt auch immer sehr gerne ein Abo erlassen. Oder meinen Quäther-Code, Balebs und Zähne tragen. Oder mir auf TikTok folgen. Für mich wird ja ein TikTok-Kanal geführt. Der ist ein Nütz. Ach, der Schild ist ja auch weg. Oh. Oh, 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 oh. Bände machen wir weg. Wie kommt man da unten eigentlich hin? Da war ich noch gar nicht. Kein Bock, dass kämpfen, wenn da einer ist. Ich brauch den Panzer, muss abhauen. Muss ich tanken? Kann nicht schaden. Da ist noch ein großer Trank. Hier kann ich schaden, ne? Wieso piept er? Wow. Oh. Der Freeze, du Hilt. Dein allererster Kille Glückwunsch. Fantastisch hast du das gemacht. Rumgepimmelt, nur versteckt. Und dann feige aus Nieds halt auf einen Raketenwerfer geschossen. Auf jemanden, der nicht weiß, was das Geräusch bedeutet. So, ich roll jetzt ein bisschen. Äh, ich roll jetzt nicht mehr. Okay. Ach, komm, scheiß drauf. Ist der blind? Jetzt wird's. Zweiker Pumpkin hat 26 Schaden gemacht. Mal einen anderen Plan. Ich stoppe mir jetzt mal ganz früh den Panzer. Dann kill ich alles in der Stadt. Dann loot ich ein bisschen. Und dann trage ich den Panzer weiter in die nächste Phase. So, wo ist denn der dumme Panzer? Ach, da unten. Der wird schon gefahren von NPCs. Ja, das macht's natürlich gut. Streckstrich unmöglich. Oben NPC drauf, da ist nur... Ah, ist auch schon einer drauf. Hm. Ei, 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 ei. Hier ist auch keine Waffe. Oh, da ist ein Binzenkanister stark. Hallo. Ach, er baut einfach. Er baut einfach. Jimmy Nutschhorn. Vor allem kann ich einfach auf die Kanister schießen, der explodiert. Der Panzer. Ist da einer noch drin? Ne, ne? So. Okay, geht's. Geht, geht. Ich kann den jetzt aufzanken. Was macht's 100? Wie viel Prozent? Moment, ich mach mal kurz einen Test. Ich kann ein bisschen nachtanken. Okay, das macht jetzt nicht die große Welle. Oh nein. Einfach auf Distanz halten, der Typ. Aber kann das mal Schaden machen, bitte? Ich achte gerade auf niemanden. Ah, da ist es nicht. Sehr gut. Sein schuld. Du wolltest kämpfen. Du. Du wolltest kämpfen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte nur ein bisschen schön. Ich tanke mal kurz vorher voll. Hä, was macht der? Ist der blöd? Ist der blöd? Mach nur ein bisschen Sorge, wo der hingeschossen hat. Baut doch, du kannst doch bauen. Nee, du kannst bauen. Richtig für mich, Leute. Vier Kills, 17 Leute noch. Mein Loot ist ein bisschen schlecht. Kann der mal down gehen, bitte? Ich mach dir meinen Panzer ordentlich schaden. Hallo, kann das... Wie kann das nie ein Treffer sein? Und wieso kann ich... Wieso hab ich nur 13 AP? Wieso hab ich nur 13 AP? Hat die Luke aufgeschossen? Ja, hat er. Hat er. Muss er gemacht haben. Keiner... Meiner Meinung nach hab ich ihn locker viermal getroffen von Schüssen, die einfach verpufft sind. Jetzt kurz zu einer wichtigen Sache. Jetzt kurz zu einer wichtigen Sache und da zeig ich jetzt einmal kurz meinen Spint. Ich wurde gefragt, mir meinen Spint zu zeigen. Ich hab mir nie was geholt, aber ich zeig dir mal hier. Ist irgendwas davon wichtig oder relevant? Ihr habt keine Ahnung. Spitzsacke. Ist irgendwas davon selten? Ihr habt keine Ahnung. Noch mehr. Ist irgendwas davon cool? Dieser Spint ist OG. Das wäre ein Problem. Wir haben nur noch 27 Minuten Zeit. Aber ihr habt das Gefühl, ich komm nirgendwo hin. Ich dachte, der Panzer ist meine Lösung. Aber ich krieg nicht mal mit, wenn die Luke aufgeschossen wird. Ich werde jetzt mal zwei Runden versuchen zu schwitzen. Schwitzen ohne Bauen ein bisschen schwer. Das heißt, ich werde... Was ist das tun für eine Löffel? Dann werde ich einfach ganz vorsichtig spielen. Ich werde jetzt versuchen, das Late Game zu provozieren, weil, wie gesagt, ich will ins Finale kommen. Ich werde der letzten Überlebenden sein. Hier sind mir eindeutig zu viele Menschen. Ich sag's, wie es ist. Als ich mit YouTube angefangen hab, dachten auch Leute, das wäre eine Phase. Manchmal sind Dinge einfach keine Phasen. So was mit denen. Ne, da hab ich... Da hab ich keinen Bock. Da hab ich keinen Bock. Da hab ich keinen Bock. Keine Ahnung. Sollen die mal ihr Ding machen? Ich geh mal woanders hin. Das Ding ist, ich kann das Ding hier ja nicht mehr auf dem Boden platzieren. Oh, es wird hier... Das ist bauen. Das ist bauen. Das kann ich nicht machen. Verdammt. Oh, Granaten sind gut. Granaten sind gut. Es wäre, glaube ich, aber echt nicht schlecht. Weil im Baukampf... Ne, ich brauch auch ein bisschen Heilung. Ich glaube, Granaten sind schlechter als der Raketenwerfer. Eine Sniper wäre aber auch nicht schlecht. Ach, ich hab keine Ahnung. Oh, da ist noch ganz viel zum Abbauen. Oh, nein. Okay. Bisschen verschwendet den Gegenstand, ne? Es leben noch 19 Leute. Ich habe den ehrenwerten Busch. Gras. Ich habe Gras genutzt. Der Sprungfeld hätte ich echt noch gern behalten. Ich wege mich jetzt halt weg von... Ich wege mich jetzt halt weg vom Gegner. 13 Leute noch. Wenn er gleich ankommt, kann ich ihn ja bestimmt surpisen. Das ist so ein Faktab. Ich renne das jetzt zu mir. Was ist das? Der ist das Huhn. Du Scheißhuhn. Wenn ich wegen dir sterbe. Und hier könnte ich ganz gut sein. geschützt durch Busch und Stein. Aber da vorne hat sich jemand eingebaut, oder? In den Kasten ist doch einer. Das wäre schlecht. Da vorne. Da vorne. Da vorne fährt einer. steckt sich doch irgendein Feigling bestimmt im Haus, oder? Ich als anderer Feigling kann es nicht empfehlen. Okay. Gehen wir hier hin. Aber das Sportier ist trotzdem Elite. Hier wird keiner hingucken. Sieben Leute noch. Wir erschummeln uns gerade das Finale. Wir haben null Kills. Meine beste Chance ist glaube ich wirklich zu hoffen, dass sie sich gegenseitig wegfetzen. Und dann mit einem Raketenwerfer was machen. Ich mache auch mal kurz hier fünf HP heilen. Nächste Zone ist okay. Die nächste Zone ist für mich okay. Da habe ich was gehört. Da kann was sein. Wie viele leben noch? Fünf Leute. Ich denke ich wird da einer sein. Da macht Sinn. Da. Da. Elf Minuten Leute. Das ist jetzt die Runde. Ich glaube mal hier. Da ist ein Busch. Ich glaube wir sind in irgendeiner Zone. Da vorne kämpfen wir. Ich glaube wir sind in der Zone. Ganz knapp vielleicht nicht. Vielleicht sind wir hauchdünn drin. Fünf Leute halt immer noch. Der Busch hier ist krass. Ganz weit weg von allen. Okay. Vier Leute noch. Keiner. Zwei. Hä? Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Come on. Okay. Werkziege. Hier ist nichts. Hier ist nichts zum Verstecken. Kannst du uns was die gebaut haben zum Verstecken? Können sie sich mal gegenseitig killen? Oh oh. Hier auch nichts im Kreis. Na, Kampf, Na, Kampf, Na, Kampf. Er hat mich eingesperrt. Guck mal, wo bist du? Wo bist du? Oh. Komm ich da dran? Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben eine Baurunde gewonnen, ohne ein einziges Mal zu bauen. Leute, und genau deswegen. Genau deswegen bin ich der beste Fortnite-Spieler in ganz Sachsen. Hey Lutz, ähm, da würde ich sagen, lasst dafür doch mal auf jeden Fall ein Abo da. Wir hätten jetzt noch fünf Minuten Zeit. Brauche ich gar nicht. Trag doch mal meinen Creator-Code, warte YC ein und lasst ein Abo da. Bis dahin. Und ciao. Tschau. 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 Tschau.